Hallo, hier ist das SupportNet aus Berlin. In diesem Video werden wir Ihnen zeigen, wie Sie unter macOS X die Dateiennamenerweiterung einblenden können. Dies ist beispielsweise insofern sinnvoll, als dass Sie so nicht ungefragt Programme installieren oder aufrufen. Klicken Sie zunächst auf den Desktop, um dann im Menü Finder die Einstellungen zu öffnen. Im Menü Erweitert setzen Sie den Haken bei Alle Dateiennamensuffixe einblenden. Schließen Sie anschließend das Fenster, um die Einstellungen zu übernehmen. Starten Sie abschließend den Computer einmal neu, damit die Dateinamenerweiterung angezeigt werden.